Achso. So. Bitte was? Was wenn man andersrum dreht? Alter, voll überbeleuchtet. Du. Du-du-du-ddu-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Der Held wird erstrahlt. Keine Ahnung. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Boah, der geht ja auch nicht richtig positioniert. ein engel, guck mal, ein engel seht euch den engel an ja so in etwa, keine ahnung ich würde mir irgendwas rausschneiden nein, schon aber die anzeige will ich jetzt wieder haben ich möchte ja auf der karte gucken so, wie sieht das aus sieht schon okay aus alles klar gehen wir mal raus und gehen zum nächsten das wäre vielleicht ich weiß nicht ob ich da auch schon war und zwar, ich mache das ja öfters mal diese ganzen gegenden abklappern, die das erste haben wir schon gebiet 1 haben wir ja schon fertig warst hier genau hier ist was mach ich mal hin platzieren wir müssten wir müssten na da naja, Laserpistole oh ne, ich über den platz ich wette, die ghoulen sind wieder da ok, die geschütze ok, die kasse hier entlang boah, 100 vor kriegst geld boah das ist nicht schlecht wir sehen die treibstoff die fing zwar viel aber was machst du oh, kronkos immer gut egal wie viel immer gut was was war das denn da war gerade hey achso wir sind fast da da war gerade irgendwie so ein kleiner schwarzbildchen ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt irgendwie war das gerade schwarz oder was ok, jetzt sind wir hier aber ist das noch weiter wir haben ja schon mal auf jeden fall hier ist ja nichts klinatoren ich muss sagen ich komme wieder hoch ach, das habe ich offline gemacht das genau hier war ich mal offline zwar ist in diesem einen container da habe ich den schlüssel aufgemacht ja und dann war hier das und hier war noch eine pistole selbst ermordet sieht man ja auch voll zur anderen seite so dann ähm hä, das ist aber nicht das was wir suchen ja das war die Nummer 2 keine okay ähm ich gehe nochmal in dieser richtung ein vogel was der vogel da fliegt der ausfällt hier geht's rein ah ist der weiße boah das führt ja nach keine ahnung wir gucken mal rein und da sind's der führt ja nach lexington aber waren wir schon hier speicher ich weiß es nicht soll ich dieses terminal für dich knacken stimmt das kann er ja auch hey ich höre dir aufmerksam zu kannst du das terminal entsparen gern doch diese jungs haben kein quatsch gemacht aber jetzt versuche ich mal hm ich war mir sicher dass das funktionieren würde ich hab's nein scherz ähm warum machst du denn nicht direkt die Tür auf mein gott so kannst du mal weggehen alter irgendwas nützliches wer war das ähm da ging gerade was runter da ist ein käfer da draußen schau mal wer da ist ähm wie ist das spiel ganz halt immer wieder offline nein nicht trinken ach bist du blöd nein nicht trinken ach da geht's noch weiter wow wobei alter da krieg ich aber schnell dauer gar nicht gar nicht hallöchen pupöchen wer bist du denn wer war das hier alles was ist das hier der 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 Je nachdem, ob die noch dabei sind So Die Musik ist irgendwie komisch Aber die müssen wir immer siegen Wird ja lange gebracht Den waren wir ganz sicher, nicht? Vorhin ist Udi Äh, wer ist das? Besser für uns, ne? Schau, was krabbeln Bewegung entdeckt? Seltsam Als Turmsteuerung So Warte, kann man Ich will die nicht aktivieren, nein Ich weiß nicht, ob die gegen das ist Kann man gut machen, ne? So Scheint nichts zu sein Vielleicht müssen Sie eine Zettelbefälle Und eine Kronkron Oh Was wird das denn eine Frau? Was? Es ist Ja Oh, 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 yo, yo, DJ Ötzi, dum, 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 ah, ah, hm, ah, ah, hm, ah. So. Wo kommen wir denn hier hin? Die fette Skopjoon. Wo hat der den... Wo war denn der Turm denn offen? Hallo? Guten Tag. Ich bin Inspe... Ich bin Inspektor. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Wie schön. Ach, cool. Das geht doch einfach. Die Tür öffnen, ne? Sind's? Systeme offline. Über aktive Sensoren. Mehr Licht. Hallo? Ich kann nicht ziehen. Wo sind wir denn hier? Voll abgefahren, ey. Oh. Entschuldigung, ich war mir grad am... Na's am kratzen. Äh, was? Ach so. Schu... Schnauze. Schnauze. Cool. Ich finde das schön. Synths geben viel für Synthsane. Das ist nice. Die Dose rutscht. Was war da? Hier war noch, war es voll. Ich hab's... Da, da, ähm, da. Der hintere Schrank war das... Nichts kann von mich versteckt werden. Und das ist schlimm. Äh, wie können wir's herstellen? Gute Ausstattung. Ja. So hätte ich in der Agentur auch gerne. Ja. Oh, mach das so. Voll die James Bond Musik, Alter. Schön, Erfahrung. So. Tränk haben wir auch noch. Aufbeut ist was. Suppe. Haben wir nichts. Pepeppers haben wir auch nichts. Ja. Schön, ne? Äh. Nick. Ist denn der Nick wieder? Warte, ist die... Äh? Was? Hä? Die war da eben nach zu, oder nicht? Komisch. Und was ist das da? Äh, dreh dich nicht. Eigentlich war ich hübsch. Fusionszellen, Fusionszellen, Fusionszellen. Fusionszellen, ah ne, Fusionskern. Stimmt ja. Und ein Strohkissen, weil ich trohdumm bin. Haha. So, boah. Irgendwie ist... Die Musik ist voll verändert. Wahrscheinlich hab ich im Hintergrund was laufen, ey. Warum das eben schwarz wurde. Keine Ahnung, vielleicht ist da irgendwas. Verbürgt sich da was im Hintergrund. Aber ich hab nix gelaufen eigentlich. Von daher. Glascook. Klebeband, auch immer gut. Klebe. Das war die James-Bond-Musical. Oh, da geht's weiter anscheinend. Perfekt. Aha. Ein US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen, Schwieger, zu entdecken. Ja, klar. Wer's glaubt. Witzelig. Was? Das Teil knacke ich sicher nicht. Ey, ey. Hey. Blechbütze. Sieh mal, was du tun kannst. Na klar doch. Da. Alter. Wie ist aus dem Türmen, hey? Bist du dran? Ma... Die Tür ist fest verschlossen. Ah, das gemacht er. Ja, das ist auch so'n Ding. Er gehört dir. Ah. Geh' aber schnell. Ist ja doch was zu gebrauchen, den Typen. Ähm. Was haben wir denn hier? Mhm. Ach, schief. Datenbank. Beschädigt. Schade. Ey, Nick. Nick. Hey. Ich bin ganz hohe. Da ist noch was, was du machen kannst. Ich brauch deine Hilfe. Kannst du auf mich zählen. Ich brauch deine Hilfe. Das ist mal eine ernstzunehmende Sache. Ach du Scheiße. Was ist das da? Ich mein, ich kann's ja so machen. Hm. Das auch nicht. Na schön. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Tut mir leid. Da komm ich nicht rein. Wo bist du? Ist da jemand anwesend? Sie müssen jetzt... Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Ich schwitze auch nur mit meinem Kacken, Alter. Was? Ist da was? Ist da was? Wo ist das? Ja, wenn es nicht anders geht. Was? Der mich irritiert, weil da eine Tür aufgegangen ist. Ich dachte, da käme noch ein anderer rein. Oh, zwei Stück. So, Inspektor, Klobesichtigung. Alles tippitopo. Blaue, äh, braune Flecken muss sein. Und die Frauentoilette. Auch mal inspizieren. Tipptopp. Alles im Spiegel. Sieht man auch viel. Schön. Der Item macht keinen Platz da. Super. Ah, toll. Platz, lieber. Bleib schnell hängen. Hey, komm, nicht mal vorbei. So. Ah, toll. So, ein Ruck. Uff, kaputt. Wie schön. Ah. Jaja, die Penner, Alter. Was? Der Hammer. Da. Was ist das da? Aha. Was ich nicht alles sehe. So, ist da hinten noch so ein Tup, ne? Der wird auch sein Blau-Sonder erleben. Ich hab noch gehört. Vielleicht ist... Hallo? Wahrscheinlich. Ist er gesperrt? Nee. Warum die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Genau. Das ist das Lagen, wie es ist. Der Sensor meldet feindliche Präsenz. Ah, ist es doch. Hä? Ah, Stadtschirm, Alter. Ich habe mich getäuscht. Einen Feind in den. Es ist um die Ecke, glaube ich. Nö. Oh, der hinter der Tür. Wie groß ist das denn hier? Ist hier noch ein Fusionskern? Was haben wir denn hier? Berichte. Gucken wir uns mal an, aber lesen könnt ihr es ja in Ruhe, wenn ihr auf Pauls drückt. Ach du Scheiße, okay. Was 2075 passiert ist, 2077. Also alles noch vor dem Krieg ist klar. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Okay. Scheiß, kliess die Tür auf. Dachte ich es eigentlich. Eine Phase. Hä? Oder hier, warte, warte. Ah ne, ich kann es doch selbst machen. Äh. Mids hat es nix. Nerf? Auch nicht. Ähm. Stock? Ne, geht auch nicht. Ideal auch nicht. Close auch nicht. Hey. Die man auch nicht, sie geht auch nicht. Hey. Was? Hey, aber da schreiben sie mir das. Die... 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 Boah, hey. Das geht alles gar nicht. Äh. Aufgepasst. Mal sehen, was ich tun kann. Hack das Terminal. Hack das Terminal. Voll brutal. Hack das Terminal. Toll, was macht hier ein Teddybär überhaupt? Hä? Weit oben. Scheinten wie kamen Erfahrungspunkte, aber... Bingo. Okay. Türe öffnen. Schauen wir mal. Ja, ist da auch schon etwas drin. Ich bitte, das lohnt sich jetzt nicht. Boah. Okay. Ja. Wie viel Vereis. Das war ein Vereisungsbomb. Dahinter ist einer. Lange können Sie nicht unentdeckt bleiben. Noch kannst du weglaufen. Ausputz erledigt. Ach, den nervösst du an. Nice. Wo seid ihr denn alle hin? Terminal. Irgendwo. Aufgepasst. Schieß los. Kannst du das Terminal entsperren? Guter Plan. So, erstmal alles plönern, bevor der... also... der das macht. Verstäuschung. Ich muss das glaube ich selber machen. Ich war mir sicher, dass das funktionieren würde. Nein. Mist. Tut mir leid. Klappt nicht. Chemikalschutzanzug. Cool. Gasmas mit Brille. Wo sind wir denn hier gelandet, alter? Voll geil. Werkbank. Und zwar Herrschaften. So. Geh mal weg da. Es kommt der Profi. So. Ist durch ein Terminal gesperrt. Scheiß Terminal. Mal auf. Vielleicht müssen wir ja am Ende dahin. Kann alles sein. Gab's ja noch einen Weg nach oben. Ah. Hier kommen wir rein. Das wär's. Oh, Vorsönske. Nice. Nein. Ich zeige alle ihren Maps. Das finde ich irgendwie voll unfair. Oh. Geht die Tür nicht auf. So. Warten wir mal. Gucken wir mal. Ist ein Aufzug. Abgeschlossen. So. Ha. Ich muss mal da hingucken, wa? So, was haben wir denn für Ausrüstung bekommen? Das wollte ich mal gerade mal spezifizieren. Da war ja was Besonderes, glaube ich. Hier ist ne Sündkustung, aber... Ah. Ist wieder... Teil... Minus, Teils, Plus. Das ist... Laminiert. Wäre 3+, ähm... Weiß ich nicht. Puh, 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 puh. Lass mal so lang. Ich speichere mal. Trufe. Gucken. Was es erwacht ist. Wes? Okay. Was ist das denn? Oh, nee. So, ich hab's gesehen. Jetzt zählt er da rum. Der hat Angst. Ach, wie sind wir hier? Jetzt seh' ich es. Achso, ein Geheimgang. Ja, aber das eine, das... Äh, ist das doof, ne? Da kommt mir jetzt nicht rein. Darf ich das übersehen? Vielleicht viel später irgendwie was. Ich hab' keine Ahnung. Wir gehen mal, ne? Ist ja schon... Ist ja schon lange... ...da drin gewesen. ...dafür, dass das grüne Ort ist, ne? Ähm. Hey, wo sind wir jetzt? Achso. Ach, hier sind wir. So, Karte, Pte. Boah, wir sind jetzt ganz woanders. Ähm. Und zwar könnten wir jetzt weiter reisen. Weil es... ...sich nicht lohnt, bis dahin zu gehen. Und zwar hier wurden... ...poned. Denn wir gehen mal... ...hier so. Nein. Geh. Auch drei sind so. Ach, was ist das denn? Sieht aus wie so'n... ...wie so'n... ...ein... ... ... ... ... ... so warte mal die kirche guck mal noch uns an wenn da was ist ich weiß nicht ist auch noch was sein was war das schöne textur das ist ein bisschen schreck nein ich auch vielleicht gerne das ist der ort nein um das hier zurück ich gehe mal Alter! Garnaboden? Hey, wo sind denn die anderen? Ach, da oben. Wahrscheinlich, ja. Ach, hier geht's sogar nach oben. Fahr'n wir hier nicht schon mal? Oh, das ist so insane. Da kommt's. Scheiß auf die. Hier ist so einsam in der Kapelle. Äh, nein. Der hingehen. Geht er dahin, oder? Ja. Bess. Da kommen sie! Da kommen sie! Da kommt's hin, Alter. Krass. Ist er jetzt da runtergesprungen oder warum war der jetzt hier unten? Armin? Oh mein... Oh mein... Wer hat sie gehört? Was? Was? Oh mein Gott. Der schnitt's ab. Okay? Ich... 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 Ich gib' mich mal in Sicherheit. Alter. Alter. Was sind die Dreckssäcke? Da. Kleine Sau, Alter. Aua, aua, aua. Sei, wüsste. Hey. Wüsste. Ja, geh ruhig, ne. Ach, die. Warum sind die unser Feind? Ja. Ah, ist die von den Weinen. Was hast du noch verbraucht? Hehehe. Schön. Geil. Das ist unser Dorf. Es gibt keine Nach-Explosion. Aber wo sind jetzt die Leute hin? Das war ein... Wader. Ein Wader-Schiff. Okay. Wie? Kann man denn drausisch... Irgendwie bald blindern? Wie, keiner sitzt hier drin? Ne. Das ist doch scheiße. Hä? WTF? Sind ja auch nie alle da. Ist doch nicht mal normal. Ist alles noch wieder da. Zittert da rum. Zittert da rum. Komm. Die Luft ist rein, denke ich. Denkst du? Okay. Wenn ich jetzt beschossen werde, ne? Ist deine Schuld. Ich... Aha. Erst ist das da. Und zwar in 2 Uhr ist der Pisser. Da. Oh. Sind die alle wieder nachgekommen, weißt du? Wie so kleine Scheiße, wa? Das würde ich einfach irgendwie vermehren. Das habe ich doch schon längs. Obwohl ich... nochmal das machen. Mann. So. Schnauze. Mein Gott. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, dir niemanden reinzulassen. Vielleicht kann man ja da noch was holen. Ne. Okay. Ah. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, das wäre, ähm... Ein Posten von uns, also... Ach, das ist hier wieder. Nein, danke. Sag ich dazu. Da. Ich bin...